Der Schauspieler Dietmar Schönhör ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Für mich war Dietmar Schönhör immer ähnlich der Commander des Raumschiffes Orion. Ich habe damals bei meinen Eltern an der Wohnzimmertür geschaut, während sie Orion angeschockt haben. Ich habe immer zugeschaut, das war so meine Liebe zu Science Fiction. Zum Tode von Dietmar Schönhör habe ich ein Buch aus dem Archiv geholt, was eine Bibel ist. Eine Bibel für die Fans von Raumpatrouille. Dieses Buch von Josef Hilger ist mit Abstand das beste Buch, was zu dem Thema erschienen ist. Es ist erschienen damals im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag und ist ein Kompendium über diese erfolgreiche deutsche Science Fiction Serie, die so spielprägend war. Das war ja die Zeit noch vor Enterprise. Sie hatte so einen Einfluss auf die Science Fiction Fans der damaligen Zeit und sie wirkt bis heute noch hin. Ich habe jetzt hier einfach mal das Buch mitgebracht und möchte mal zeigen, was in diesem wunderbaren Buch drin sind. Es sind sehr viele Fotos natürlich drin. Der Autor Josef Hilger ist ein Besessener und das meine ich wirklich mit allem Respekt. Ein Besessener, der alles gesammelt hat. Er hat damals einen Bavaria-Film, Leute interviewt, viele Interviews gemacht, viele Skizzen, Zeichnungen bekommen. Wahnsinn, was dieser Typ alles eben aufgetrieben hat zum Thema Orion. Die Modelle, die Fotos hinter den Kulissen, auch viele Presseveröffentlichungen. Hier zum Beispiel die Original-Presse-Mitteilungen. Der Bavaria-Film damals, München-Geisel-Gasteig eben. Und es ist eine wirkliche Bibel zum Thema Orion, zum Thema Raumpatrouille. Und auch ganz genau die Sendezeiten hier hingeschrieben, wie die Einschaltquoten waren, wann die Uhrzeit war. Also man sieht natürlich hier in diesem Buch, welche besessene Detailarbeit drin waren. Auch hier die ganzen, ja, die ganzen Abzeichen, die ganzen Orden, Auszeichnungen, die es gab. Metallrangabzeichen, detailgenau die Bücher, welche Bücher erschienen sind zum Thema Raumpatrouille. Ich habe noch ein paar andere Romane im Keller gefunden, bei mir im Archiv gefunden. Aber dieses Buch ist sicherlich das, das Ouvres, das beste Buch zum Thema Raumpatrouille. Es wird sehr, sehr viel erzählt, auch zum Thema Musik. Wir wissen ja, Peter Thomas hat damals die Musik geschrieben. Sie war ja ein sehr futuristischer Soundtrack, der heute auch noch stillbildend war und stillprägend war. Peter Thomas kam ja her von Edgar Wallace und von Jerry Cotton Filme und hatte es gewagt, einen Science-Fiction-Sound zu machen. Und dieser Sound ist ja noch heute, ja, populär, genauso wie die ganzen Details. Es wird sehr viel über die Tricks geschrieben, wie die Tricks gemacht wurden. Wir erinnern uns an das Rowenta-Bügeleisen, das als Steuereinheit diente. Wir erinnern uns an die Becher, die von oben hingen. Wir waren noch begeistert über, ja, über diese ganzen Wasserhähne, die als Sachen da waren. Es war einfach stark. Und ich habe mich sehr, sehr stark oder sehr, sehr gut erinnert an die Tänze, die es damals gab. Ich glaube, diese Bar hieß Star Casino oder Starlight Casino. Wunderbare Sachen. Also ich empfehle jeden Science-Fiction-Fan und jeden Orion-Fan dieses Buch und natürlich in Gedächtnis an Dietmar Schöner, der eben jetzt im Alter von 88 Jahren auf Ibiza verstorben ist. Dietmar Schöner hat sicherlich noch viele andere Sachen gemacht. Er war ein ganz großer Talkmeister. Er hat, glaube ich, die erste Talksendung im deutschen Fernsehen gemacht. Er war später ein großer Friedensaktivist. Alles sehr wichtig, alles sehr schön. Aber für mich war er der Commander von Raumschiff Orion und die Raumpatrouille. Und klare Empfehlung, Josef Helger, dieses Buch muss man haben, wenn man sich für Orion interessiert. Es geht nichts anderes vorbei. Es ist das Buch schlechthin. Es geht leicht ganz schön. Es geht nicht um an, wennwass zwischen ihréis eher haust Intermesen zur Kondistiner und Krankenkarten und auch immer belehnt. Vielen Dank.